Nummer 1 Nummer 1 Ähm Welche stimmigen Raisins Girl kalender? Au! Chill doch mal ein bisschen! Siehe nicht über Raisins Girl aus. Schon wieder vier Stück? Essen ist serviert! Ihr seid das Essen! Hau sie weg, Neuer! Darauf trinke ich! Ihr wollt was auf den Arsch? Die Bestellung zieht sich gerne vor. Moskita auf Blutjagd! Okay, dann wollen wir mal schauen. Äh, was macht das? Ich krieg eh bei den Seiten im Mauerverfekt an Blutjagd. Ist gut, da kann man alle drei drauf nehmen. Aber wir stehen halt volllegend hier. Also, wie geht denn das? Muss ich denn schnell drücken? Verarbeit! Ich geh nur mal eben kosten! Hey, Schnuckis! Habt ihr schon Spaß? Yeah! Fuck! Ich kann gerade nicht mal an Zingi-Tingi-Wings denken! Was? Zingi-Tingi-Wings? Ähm, Zingi-Wings in Nähe und Heide-Wings? Okay, das können wir also mal machen. Keine Sorge, ich kümmere mich drüber! Das habe ich gebraucht! Wer hat hier eine Trachtbrügel bestellt? Oh, nein! Okay! Bin ich schon am Zug? Okay! Ja, ja, superkönig zu befangen! Ist das? Jawoll, das ist das. Ich verstehe... Ich verstehe... Ich verstehe... Ich verstehe... Los, Unterarsch! Da ist eine weg! Hm... Da stehen noch zwei und noch eine. Ja... Okay, ja... Er hat ja noch Schutz, also kann man das ja eigentlich machen. Und... Ja! Leute, ihr müsst die Hübschen ausschalten, damit sie mich nicht ständig verführen! Ja, ja, bin schön dabei! Ich hatte nicht mal eine Citronella-Kerze! Blutgruppe A, du bist bestimmt ein Klugscheißer! Moskita, ich bin sehr enttäuscht von dir. Uah! Verdammt! Ich kann nicht mehr lange! Irgendjahr ist mir... Wir sind schon dabei. Hat er was mit... Rückstaub? Ist das mit Rückstaub? Ich kann nicht sein! Schon wieder Eisen-HP! Nein! Ah, fuck! Da solltest du Zeit mit drauf kommen! Okay, los geht's! Ja, sie wird am besten wiegen, oder? Ja, sie wird am besten wiegen, oder? Ja, das macht sie hier oben bei draußen! Ja! 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 Oh, wie süß! Ich hab auch gern an! Ist das gemeldet, Paul? Schon wieder? Ja! Okay! Ey, gib mir das! Ja! 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 Die Musik! Komm mir echt bekannt vor, aber ich weiß gar nicht, was es war! Foto? Was? Wie bist du zum Superhelden geworden? Hat der Mob deinen Onkel umgebracht und du findest keine Ruhe, bis er gerecht ist? Nee. Krasses Spektakel gestern Abend. Krasses Spektakel. Ja. Tut mir leid. Komm wieder, wenn du mehr Klassen auf deinem Superheldenbuckel hast. Ach, Idiot. Oh, ja, ja, ja. Eins. Zwei kleinen Bonnen. Das haben wir alle, oder? Ich habe Geldbelohnung bei deiner Mom abgeben. Sie meint, sie legt sie in dein Zimmer. Ja, wir haben alles. Wir müssen langsam mal wieder unser Zeug abbringen. Wir haben schon einiges gefunden. Sonst noch was? Ah, aber die Kiste. Die Abhörstet. Ja, so hat er sowas. Ah, Tokos wieder mal kaputt. Soll es so anders sein? Ach, so ziel, ja. Und nichts, ne? Gut. Was ist denn? Da müssen wir auch mal an? Die Katzen dieser Stadt brauchen eine Stimme. Sie müssen sich gewerkschaftlich organisieren. Nee. Ein Foto machen? Nicht deine Tasche? Ah! Ja, ist so. Das Unplanet Parallel. Der Abteilungslinik sollte das sein. Was ist auch hier los heute? Du zerstörst hier gerade einen zarten Moment. Ja, genau. Sorry, ich mag keine Kinder. Was? Also, wenn dein Outfit mich aufmuntern soll, das ist dir gelungen. Nein, wir sind voll toll. Sorry, ich mag keine Kinder. Unglaublich, dass eins von euch Monstern in mir drin ist. Aber nicht mehr lange. Willst du das Baby treten fühlen? Solange es noch geht? Alter. Du bestätigst mich wirklich in meiner Entscheidung. Du greifst schwangere Frauen an? Ja, weil ich es kann. So, warte mal. War das nicht? Hab's nichts. Magazin für Marmografie, Liebhaber. Patience ohne. Gesperr. Wir haben neue Vorräte reinbekommen. Trotz knapper Fördermittel. Ja, das ist schön. Dann gibt es nur Komponenten. Kondom der alte Gladiator. Missionsgegenstand. Arschpilz-Erkennungskett. Schnell Schwangerschaftstest. Starterpaket. Meine erste Situation. Tabletten gegen Erektionsstörungen. Schau mal, ich hab gleich Pause. Also... Ja, ich geh ja schon. Wird cool. Also, schneller Fläten. Was ist das denn? So. South Park könnte ein paar Heldinnen gebrauchen. Wieso? Blöde Knallfeuchung. Rot-Extensivore Black Darns. Sie sind zum Beispiel Vollgas-Komme. Ja, ich hab das schon gesehen. Oh, Tauly. Hey, hey. Hey, Spielkamerad. Mit den Knall-Appsen kannst du Feuer machen oder ein Feuerwerk starten. Versuch's mal. Oh. Kannst du das jetzt gerade gucken? Ich bin richtig, ja, ja. Mit einem kompletten Angegnis. Dann müssen wir aber erst mal ein paar Sechstörer. Pass auf, Hosenscheißer! Ja, cool. Ah, cool. Ach, mach halt deinen Daumen halt für dich, Furz-Nase. Aus! Arschloch! Aus, Furtal. Siegd6. Also, die können dauernd sich nie fast dauernd. Oh, das ist geil, ey. Das ist schon fast dauernd. Das wird ein heißer Tanz. Oh, ich bin jetzt die Arzt-Ferr-Tanz. Nicht wirklich, ich tanze nicht, aber lass uns boxen. Oh, sehr gut. Begucken, wie weit ich... Ah, da starten wir gleich in Weizen-Ferror. Jetzt hätte man sie einfach schlagen können. Ich finde auch... Boah, die sind ganz schön stark, scheiße. Wir greifen den... ...hast an unsere Stärksten. 150. 50. Erledigen wir das, oder was? Dann kann ich mich sehen. Ja, okay. Okay, dann sind die zwei, der drin. Das ist... Das scheint unsere Stärksten zu sein. Ja! Das gibt garantierend eine Narbe! Wen soll ich quälen? Ich wähle den! Das ist der Schwermer. Können wir den eigentlich noch anecklen? Oder... ...glauben wir den doch mal. Warte, okay. Können wir den da da unten? Nee, schade. Das war der Fremd. Ich durfte mich gleich daran dann. Aber wir greifen mal auf den Schwärmer. Ja? Es ist bloß! Sag mal, musst du denn den Scheiß wirklich trinken? Musst du denn wirklich den Gegner schlagen, Super Crank? Äh, ja! Na dann, sei kein Heuchler! Das, ich jetzt... Lass dich da von deinem Freund passieren! Wer kann denn... Wobei, der ist das nächste Ziel? Uah, ha, 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 ha! Wie geht's? Okay, der dürfte bald da unten halten. Viertler ist da versohlen. Geile Sache! Ich bin da nicht nur auf den Weg. Ich muss schauen. Der hat eigentlich nicht so eingehoben. Im Down-Dream, jawoll. Und tschüss! Bin ich endlich dran? Danke! Ja, ist okay. Der Wasserkopf hat schon was gemacht, oder? Na, kann ich auch nicht gut, oder? Der hat... Oh, nee, der hat 130. Okay. Vielleicht hat mal jemanden gehalten, oder? Oh, ist egal. Und ab geht's. Ob egal, Crash, Endstatt! Scheiße, ich bin so langsam. Total überfressen! Oh, das tut mir aber leid, bitte. So, wir sind dran. Und wir fällen jetzt eigentlich über die Frage recht nicht. Scheiße! Oh, nee, nein, schade. Okay, dann machen wir einfach das normale Schlagen. Ja, hier bitte. Oh, Mann! Ich hab Stärkchen gesehen. Ich nehm meine Blutpurbe! Alter, du übertreibst brutal! Nein, der Sohn voll ist ein Element. Okay. Nichts, hä? Ist das zwei Felder? Nee, das geht's nicht. Aber das muss... Nach meiner Verbrechensbekämpferkarriere werde ich Autohändler! Wieso? Wer will denn Fett Autohändler werden? Nee, wir machen... Was soll denn hier weg? Oh, Mann! Vorsicht, Kumpel! Die Seuchenschutzbehörde brauchen wir nicht auch noch am Arsch! Oh, Mann! Oh, Mann! Euch Platz zu machen, Fett, unter Anti-Aggression-Therapie! Das hat man richtig Bock gemacht! Für Vierklässler seid ihr echt sehr, ihr Brocken! Aua, aua! Aua! Ohne zu zucken! Respekt! Ha, 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 ha! Musst du eigentlich gleich am Reifen, oder? Man muss aber halt mal da sein! Ich bin jetzt dran! Ja! Äh, ach nur, der Letzte, der das bei mir versucht hat, ist Toast! Ich bin dran! Okay! Ich kann mal in den Daumen... Ich kann mal in den Daumen... ... oder wir schützen unsere Freunde... ... die sind in meine Welt... ... die sind jetzt noch... Hm, mit Lasern kann man nicht viel falsch machen! ... äh... ... Rockwakes... ... die sind auch noch voll... ... gut, dann würde ich einfach anfangen... ... gut, jetzt mal... ... und chill! Pew, pew! Wegen der Abboten! Macht euch bereit! Der Ante! Er ist noch fast tot! Ich glaube, das nächste Mal in der Fremde ist er eh weg... ... also greifen wir den Starken an... ... hm... ... aber ich steh mal direkt vor ihm da... ... das ist... ... und das ist ein Scheiß... ... hör mal aufhören... Kannst loslegen, Craig! Da ist mich nicht kalt! Dann hör mal das... ... wie gut so in der Scheiß... ... du hast die richtig verkloppt! Sehr gut! Ich brauche keinen Lob, aber danke! ... ... bäh... ... ist das denn dran? ... ... das geht einfach mal... ... mit dem Sachen schon... ... oder... ... oder zumindest noch Feuerschaden... ... oder... 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 ... ... Hey! Du kannst mich da auch nicht anzünden! Warum nicht? Au! Puh! Fängst du jetzt an zu Heulswerk? ... ... ... ... ... Wie saß der jetzt davon? ... ... Genau, das dürfte eigentlich reichen. Jetzt wird's knusprig! Sehr gut! Versuch nächstes Mal die Haut anzukratzen! Kraft meiner Laseaugen! Ernenne ich Zeustelösen! Wirklich jedes Problem! Jupp! Jetzt noch mal ein paar Textkorte. Hier! Platz de Pissbobbe... Hm, Stubenaufstieg! Kleiner Platz! Das ist geil! Kann man klein neues Arterfakt reinpacken? Vielleicht, dass wir von Pons gecurftet haben? Vergiss nicht, deine Art und Art zu stärken, wenn du eine Stufe aufsteigst, den Wunderarsch! Ja, ja! Habe ich nicht vergessen, das wollte ich gerade tun! So! Ähm... Autofakt, ne? Kleiner Platz! Ah, da klingt noch mehr! Also freigeschaltet ein großer Platz! So! Was kann denn den kleinen Platz alles rein? Gutes, was wir verkauft haben! Mir passt nämlich noch so ein Ding rein! Ähm... Ultimative Krafterholung... Eldiensonde... Ähm... Weniger... Ja... Ja... Sag mal hier... Rückstoß-Kombos-Schaden... Plus 70%! Ich glaube, ich nenne sogar das! Weiß mal, der Verlag der einen bestimmten... Team-Bodus... Was? Alleiner bestimmten Team-Bodus... Wenn sie ausrufen werden, wenn du mehr über Team-Body erfahren wirst... Die... Ah gedrückt! Das machen wir! Der kritische Treffer-Schaden bestimmt, wieviel Bonus-Schaden du anrichtest... Während den An... Erfolgs... Okay... Die ultimative Erhöhlung bestimmt, wie schnell sich deine Ultimativanzeige füllt, wenn du eine Kraft einsetzt oder getroffen wirst, währenddessen... Ah drückst! Der Status-Effekt-Schaden bestimmt, wieviel Schaden Status-Effekte wie Brennen, Angebilder, Geschockte und Blutend anrichten... Die Gesundheitswiederherstellung bestimmt, wieviel Gesundheit du zurückgehältst, wenn du getroffen wirst und währenddessen... Ah drückst! Der Rückschluss-Schaden bestimmt, wieviel Schaden du anrichtest, wenn Gegner zurückschleuderst... Ja! Äh... Die Bonus-Verbündeten-Gesundheit erhöht die Gesundheit deiner Verbündeten... Ja! Eine Information... Du findest unter Punkt-Menü-Hilfe-Abschnitt des Pause-Menüs... Gut... Das war jetzt nicht sooo informativ... Wir kriegen dann einen großen Platz... Ach das sind dann dieses kleine... Ich dachte wir haben jetzt einen großen und einen kleinen... Das ist... Nö... Äh... Beide sind noch... Oh... Mal über die Straße... Ja... So... Kleine Rund... Ich nehme mal ganz kurz... Ganz schön so ein Fenster... Aber muss ich mal hinterher ausmachen... So... Ja... Da bin ich auch schon wieder... Dann kommen wir durch irgendein... Ten... 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 Die Luft in dieser Stadt besteht zu 50% aus Darmwinden! Äh... Woher? Ich muss hier ein Foto machen... Hallo... So... Ist du sowas wie ein Undercover-Camp? Mh... Nein... Meine Mom behandelt mich manchmal echt wie ein Kind! Woran das wohl liegt? Versuchst du es immer noch mit diesem albernen Look? Also... Nein... Was hättet ihr, wenn wir vor dem Mikrofon trotzen? Ja... Hier hoch... Nein... Der Mikrofon... Wunderlich hoch... Wunderlich hoch... Wunderlich hoch... Wunderlich hoch... Ich sehe da... Zwei was... Nochmal so jung zu sein... Mein Stern ist früh verblasst... Wunderlich... Wunderlich... Ist es zu früh für einen Drink? Ist es das jemals? Nö... Jeannie-Boost... Was ist das? Ja... Und die Bilder... Klebeweil... Cool... Gleich mal ins Kostüm gucken... Die ganze Zeit noch diesen... Normalen Mist an... Was? Ubisoft Club... Aha... Also du kannst diese Belohnung durch den Ubisoft Club verschalten... Was? Könnt ihr das Menü sehen? Nein, ihr könnt es leider nicht sehen... Oh Gott... Wunderlich hoch... Keine Ahnung... Wo ist denn das Assassin Ding? Assassin Spec... Andert der Asin Ding... 40... Uplay Dinger... Keine Ahnung... Ich habe 40... Iron Inventor Kostüm... Andert der Iron Inventor Kostüm... Andert der Iron Inventor Kostüm... Ah... Hier genau... Das Ding habe ich... Das... Also könnte ich... Scheißegal... Das hat Cartman Suit... Wie sagen wir Cartman Suit... Was soll das? Haben wir hier so schön... Oh... Wurzesse... Ich kenne die Fleischchen... Hm... Was soll hier ist denn das? Wir haben noch nichts weiter... Nehmen wir eigentlich mal nach... Ähm... Mal ein paar Sachen... Craften... Oder... Finden... Ein... Rino... Plast... Ach... Gesichtstherritte... Das 3,50... Gebraucht... Ist... Oh... Andert... 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 Wie war es denn? Ja... Aber wir haben doch schon alle... Oder? Ach... Es gibt noch mehr... Hier... So... Längel... Schön... Hi... Oh... Ich weiß nicht... Was ist denn das mit dem... Vorher? Schau mal... Oh... Wieso wollte ich nicht um die Katze kommen... Weißt du jetzt, wer die Bürgermeisterin und mich arbeitslos machen will? Weißt du jetzt, wer die Bürgermeisterin und mich arbeitslos machen will? Ne... Wer denn? Schön, dass sich junge Leute noch für Lokalpolitik interessieren... Ja... 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 Was? Kompetium der Kisten... Autofakt... Oh... Ich guck... Ah... Ich drehe da was... Hint... 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 Triff nach der Liebe... Hint... Oh, das sieht das so geil... Sagen Sie alle meine Termine heute ab! Äh, Sie haben heute keine Termine, Ma'am! Hint... 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 Wie dumm! Vielleicht wenn die Bürgermeisterin dir folgt... Na, bestimmt das selber! Wenn die Chefin dir nicht folgt, folge ich dir auch nicht! Ja, blöder Kuh! Wer mich für Hochnäsig hält kann mit seinem abgefuckten Pickup besochen seine Trailerparkbude Niedermähen! Was!? Wenn du immer fleißig lernst, dann wirst du vielleicht auch Mal Bürgermeisterin von einem Kuhkopf! Nein! Will ich nicht... Wer mich für Hochnäsig hält kann mit seinem abgefuckten Pickup besochen seine Trailerparkbude Niedermähen! aber wie kriegen wir denn ein foto von ihr vielleicht erst später über die katze finden ist die ozonschicht nicht schon dünn genug ohne das rumgefurzert und vielleicht von der anderen seite ich dachte schon die straße wäre schon wieder von sektoren gesperrt Hallo? Geh mir aus dem Weg, verdammt! Ja, moin, eh, hallo. Ne, mögen wir reden? Was macht ihr? Bist du denn verrückt? Verdammt, bist du krank, oder was? Nein! Du hast einen Beamten angegriffen! Nein, hab ich nicht, tschüss! Die Krieg ist in unserer Stadt! Kunin und Freunde sind diese Stadt's only Oath! Okay, jetzt müssen wir in der Stadt gehen und machen super-Hero-Stum. Y'know, helfen Menschen und kämpen crime und Dumb-Shit wie das. Well, wie ist die Charakter-Sheik-Heming? Ich habe schon gesagt, du hast nichts zu erzählen. Ich habe schon gesagt, du hast nichts zu erzählen. Ich habe schon gesagt, du hast nichts zu erzählen. Tentman! Nicht zu mir die Sad Puppy-Eyes! Du wirst nicht mehr drei Klasse sein! Ich habe 20,000 Dollar für Sie. Was? Aber ich brauche nur ein paar Hundert für das. So, you know what I'm gonna do with all the rest? Go to Paris and get a penile enhancement and fuck French-Jicks? Super Craig. Haha!